Also, äh, Schlumbo ist erstes Tattoo. Ui, ui, jetzt geht er ja nicht durch. Wir haben schon viel durchgebracht, ne? Ui, das ist ja richtig. Und zwei, drei Schichten, oder was? Ein bisschen trocken lassen, trocken lassen. Guck mal, das zweite Mal geht schon schneller, ne? Schlumbo, und tut weh? Ja, aber es sind echt Schmerzen. Ist schon heftig, ne? Ja, das ist voll heftig. Das ist voll heftig. Okay, komm, stech rein, das soll. Aber, ich finde selber stechen ein bisschen besser, weil im Endeffekt... Ich glaube eher an dich selbst, als an die anderen. Und, du nehmt? Ah! Ist so viel. Vielleicht das Gesicht mitte. Ganz schön hart. Ja, komm, das schaffst du. Tja, und jetzt? Ich weiß nicht, ob ich noch ne Schicht vertrage. Ich weiß nicht, ob ich noch ne Schicht vertrage. Oh, shit. Ja? So ist das? Ich bin wirklich trocken. Nein, shit, ich hab's total versifft, aber ich zieh jetzt ab. Oh, oh! Nein, 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 das musst du trocken lassen. Achso. Noch? Noch? Ja, Moment. Komm, Läuft da lang. Komm, Läuft da lang. Komm, Digga, jetzt zieh auf. 3 bis 3. Ja, 2 bis 3 Minuten. Ich muss noch ein bisschen warten, 2 bis 3 Minuten. Okay, Pause.